Das letzte Werk auf unserem Programm ist das Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Kammerorchester Opus 53 von Hans Simon. Solisten sind Georg Friedrich Händel, Violine und Betty Hindrichs, Violoncello. Karl Rissenpath leitet wieder das Rundfunk Kammerorchester Saarbrücken in dieser Aufnahme vom 3. Oktober 1962. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020